Heute sind es über 1000 Abonnenten in meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank an Sie und an alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt bei Freischem & Partner und mache jeden Donnerstag ein neues Video rund um Marken, Patente und Designs. Verraten Sie mir doch unter diesem Video in den Kommentaren, zu welchem Thema Sie ein Video sehen wollen. Soll ich mehr Videos für Profis, mehr für Anfänger machen, mehr für Marken, mehr über Patente, mehr über Designs, mehr über Anmeldungen, mehr über Durchsetzungen, mehr über Ausland, mehr über Inland. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, wenn Sie in Zukunft mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen. Ich veröffentliche, wie gesagt, jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Wenn Sie Fragen oder Kommentare an mich haben, schreiben Sie die doch gerne unter dieses Video und da beantworte ich die auch gerne. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.